Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Party zusammen mit mir und mein Kollegen Samuel. Die anderen haben, wow, beide nur eins gewurfelt. Ab Ende haben zwei jetzt drei, also hier, man merkt es, bei denen geht es mal wieder mega ab. Pete ist halt immer noch genauso dumm wie es heißt, bewegt es kaum weiter. Er hat kein Wegzeug, Wegzeug vor allem. Das war sehr schwach. Wow, mein Kollege meint, es soll er mich um die anderen kümmern, weil die Schilette ist schön, dass wir jetzt schon dran sind. Naja, Würfel mache ich mal für ihn, den Rest macht er dann selbst. Also ich würfel jetzt für beide. Merzig, woman-mäßig. Ich hoffe, er haut mich nicht fest. So, sechs Felder. Ich lauf das und mein Kollege wird dann selbst hauen. Sobald er da ist, wo er dann da wie am besten hingeht, hier, ich hab wohl zwar geworfen. Was? Joa, haben sechs, sechs Felder, die beginnen können. Aber macht nichts, die einen haben nichts gebacken bekommen. Jeder von beiden hat eins gewurfelt, dann haben die das einen Passbonus, könnten die dann zwei Felder laufen. Und Pete hat dann durch einen Würfeldingstrei gesauft und hat, ist immer noch nichts am Gesenk. Das ist halt, die sind so schlecht. Wo war hier? Du feierlust an den Baum. Weißt was, dann geh ich wieder. Ja, da nicht. Also. Ja, hier. Ja, dann. Und diesmal nimmst du das Eckige. Das ist ja nämlich wieder das Gleiche. Ich hab mich da über sie drüber, alter. Zu knusprig. Hm, rechts, glaub ich. Ja, rechts, weil das vorhin schon. Oder ist es diesmal anders? Oh shit, diesmal bleibts. Diesmal fickt ist das. Surprise, motherfucker. Ja, die haben dir acht Sterne geklaut. Ne, acht Münzen. Acht Sterne, ja. Knusprig. Kleine halben Sachen. Keine halben Sachen sind beide Falten ausgesprochen. Oh nein. Komm, fangen wir direkt an mit dieser mathematischen Kacke. Ich glaub, die sind gut drin. Wir drehen aber. Mal gucken, wir müssen einfach richtig formen und du musst dich kennen. Ja, ich bin scheiße in sowas. Komm. Alter, die haben... Easy. Dreh rum. Dreh rum. Dein Ding. Komplett. Äh, wie rum? So rum. La rum. Löffelsteel. Die sind immer noch beim ersten. Ja. Die sind eigentlich immer noch beim ersten. Kacke, wir haben uns Sorgen gemacht. Hahahaha. Ist das dann... Also... Irgendwie kommen die Gegend in die Leistung vor, als die uns einfach... Nein, die sind schon ein bisschen schwer. Oder nochmal... Sie können nixen. Minimal. Weil die sind ungefähr so wie Philip im Reeler, finde ich, im Spiel. Oh shit! Und noch gewisse andere Leute, die ich kennen. So, machen wir weiter. Ähm... Joa... Was? Shit. Ich dachte, ich werde noch viel mehr Runden. Ernsthaft? Er ist der ganz Experte. Team Mario wird bestimmt gewinnen. Ja, natürlich wird... Ein Goldfläschchen. Mhhh... So ein... Kack. Ist wie ein Energydrink. Vario ist ja noch richtig wieder auf Münzen, Alter. In die Röhre mit dir. Schieb deinen Arsch durch diese Röhre, David. Dann nehmen wir jetzt den krassen, ähm, Bowser. Weil da kann ich Glück haben. Und komm in die Röhre. Oder... Ich hab Glück und komm durch deine Münzen in die Röhre. Wie wärs, wenn du sicher bist? Ja, wobei, ich glaube, ich bin so das, wo es jetzt... Soll ich nochmal das Geschenk versuchen? Äh... Das sehen wir jetzt gleich. Je nachdem, wie gut ich wurfel. Waluigi. Waluigi. Oh Gott. Wario... Peach. Gott. Ja, Goldfläschchen. Wie sollt ihr sonst Sterne kriegen? Oh, alle... Er ist... Was? Hä? Diese goldene Peach. Hä? Hallo? Hilfe! Hallo! Ja, wie's hört ihrs. Was ist das? Boah, nach Stunden kommt die da mal dorthin, wo er die hin wollte. Guck dir einfach was er tut. Endet. Würde vermutlich so geil einsetzen. Davor krallen wir hin aber alles was wir haben. Nein, Junge. Okay. Gute Wahl. Äh... Soll ich jetzt auf Bowserwürfel gehen? Was haben wir? Für Items. Nein, setz kein Item ein. Geh auf Bowserwürfel. Geh auf sicheren. Aber da können wir ganz schön abbumsen. Ja, ich muss ja das... Sicher. Ja, Mario. Du siehst ja gar... Was ist da rum, Tiny? Ja. Haben wir schon über eine Lebensversicherung nachgedacht. Währenddessen versuche ich den äh... Ja! Ah! Du hast den heißen Scheiß mit Reis. Oh, ja gut. Jetzt schieb deinen Arsch in diese Röhre. Ah! Nein, 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 nein. Oh, Junge. Wollen die mich irgendwie ficken? Wenn wir jetzt verlieren. Ich geh jetzt um 1 noch aus... Um 1 nicht aus. Ah, was tun wir denn? Was tun wir denn? Was tun wir denn? Soll ich mich zu dir warpen? Nee, geh nicht mehr. Bro, ich kann mich zu dir... Nee, ist zu spät. Ähm... Fängt alles von deiner Taktik ab, ne? Von dem was du machst. Ja, ich kann dich gerade gar nichts machen. Und besser proben müssen. Wie wärst du denn da wo unten auf das Feld... Auf den... Auf den Shop noch gehst? Welchen Shop? Ein Item. Das Item-Feld. Joa. Ja, danke. Währenddessen laufe ich wieder über P-Stömer. Das wäre vielleicht nur eine gute Chance, eine Goldröhre zu kriegen oder so. Oder einen Goldblock. Boom! Boom! Let's go out the way. Hehehe. Mach wieder Piech. So, jetzt! Wieder Rest und dann ist er... Ernsthaft. Ich wollte... Ich wollte Rest nehmen. Go, Matze! Go! Los! Komm! Komm! Ja! Ja! Ah! Ach, du bist ein anderer Mitspieler. Dann wirst du zu mir teleportiert, ne? Oder vielleicht zu einem anderen. Vielleicht bequirlst du auch zu einem anderen. Zu Wario. Ah, zu einem deiner Mitspieler. Ja, dann... Ja, gut, mach das. Dann geht bestimmt auch Wario. Ich hoffe, du kannst uns einen aussuchen. Komm, Wario bitte. Ha! 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 Behaßen! Hinge, das ist ja doch da! Das ist ja fast so schlimm, wie die Piranha Pflanzen. Das ist ja ne Absocke. Sieben Müssen. Sieben Müssen. Sieben Müssen. Sieben. Mütze. Junge! Oh Gott! Was haben wir denn da? Ha! Ha! So los geht's. David. Sieht total aus. Das ist Vitamin Viereck. Wir müssen immer gucken, wo wir diese Kombination an Vitamin Viereck... Ich kann dieses Spiel. Nein. Doch. Ich muss mich mal so androhen, um einen Hammer zu werfen. Das Kampf-Pose. Richtig bitchy. Alright. Joi. Kennst du nicht früher dieses Caddy Russ? Das ist so ähnlich. Da bin ich auch in Essnissheim gegangen. Aber das ist nicht gut, dass ich zuerst in Spielen gut bin. Da hast du recht. Da hast du recht. Wir haben noch zwei Gründen. Das heißt, einer von uns muss jetzt irgendwie seinen fetten Arsch da rüber bewegen. Das heißt, du läufst da rüber und ich benutze währenddessen den Goldblock. Wo lauf es rüber? In die Röhre. Ja. Ich brauche heute ne ungerades Haal. Also wir kommen jetzt mit Glück hin. Vielleicht kriegen wir das Ding jetzt gar nicht. Und die haben auch Geld fürs Weile. Wenn die uns jetzt so hart in den Rücken fallen, komm bitte mach halt auch. Ja. 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 Moment. Das geht. Nein. Einer kommt zumindest ran. Ja. Wir haben auch noch den Morgenwurf. Aber vielleicht kommt jetzt noch mal in der Nähe von mir. 15. Vielleicht habe ich das Glück und die landen noch mal in der Nähe von mir. Ja. Und die Gegner sind hier halt so stark, ne? Ne, sie werden vielleicht bei mir drüben landen. Und wenn das der Fall ist. Wir werden es sehen. Dann schiebest du deinen Arsch trotzdem da rein, damit du noch den auf der Spitze kriegst. Das wird nicht mal funktionieren. Ich habe da nämlich noch eine Runde, um da hochzukommen. Doch, doch. Wir können ja auf alles setzen mit dem Bowser-Würfel. Ne, du hast recht. Natürlich habe ich das. Ich bin David. Jo, du musst... Verdammt. Völlig umsonst. Eigentlich war eine ganze Taktik, bis hier sind... Diese Runde... Wie viel läuft die ganze Nürnkreis. Da kam jetzt... Die Hefte... Das... Wo... 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 Mi... Wa... Du... Du schiebst jetzt deinen Arsch. Ja, ja. Das probierst. Ganz ehrlich, aber dann nehme ich jetzt einen 10er Würfel und gehe auf alles. Weil anders kommt mir da eh nichts hin. Just fucking do it. Ich gehe jetzt hier auf alles. Das hat sich falsch an. Ja. Oh, oh, oh. Was ist hier jetzt? Bitte treff. Ich habe da überhaupt nichts zu melden. Der macht nur... Ja, leider. Na, ich habe mal 10 Minuten. So, komm. Ich gehe jetzt auf alles und du gehst bitte mal hier auf... Ähm, es darf nicht soviel tief gehen. Komm, bitte 10, bitte. Bitte nicht 1. Nein! Ah! Ah! Es hasst mein Leben! Aber sowas von... 1 zu wenig für diese Pummsalse! Aber was wäre, wenn... Wenn... Du dich damit jetzt zu mir teleportierst? Ja. Oder was wäre, wenn ich mich damit jetzt zu Mario oder so... Okay, rechts. Letztens war es... Im rechten. Aber... Ja, es ist rund. Also wurde es... Das Linke nehmen. Ja, egal wie es aussieht. Oh nein. Das ist reinste Glückssache hier. Shit. Na ja, eine Runde haben wir noch. Und wir haben auch noch... Oh, eine Stimmung hier wollen. Ja, wir haben hier... SS-Bomben. Das ist die erste Runde, die wir jetzt verlieren könnten. Jetzt hier. Komm, fahr mal direkt an. Das kennen wir noch aus. Ich hab die Klasse Französisch-Intensivierung. Wenn er bei Controller Funk... Kann ich weitergeben? Ah, mit... mit A. Schau mal an. Okay. Ja, Waluigi hatte eine in seiner Hand, die er nicht weitergeben hat. Kann ich bei uns weitergeben? Ja, man muss sie behalten. Bei sich behalten. Und kurz davor weitergeben. Ja! Gib dir doch weiter, du fetter Ma... Okay, ich geh raus. Ich gewinn das. Einfach bei dir behalten. Hey! Gut. So, du gegen Bario. Ist ja eh immer ein Team. Ja. Also, entweder älter der Bowser werden wir das dann packen. Oh nein, ich muss alles noch raus haben. Das war dumm. Gott. Jetzt, jetzt, lang behalten. Lang behalten. Ja. Oh nein. Lol. Das war halt das Scheißteil. Was tust du? Das da. Du hättest warten müssen, bis er kurz vorm Explodierendes und dann rüberwerfen. Ja, ich hab doch so das so geworden. Das war alles geplant. Alles geplant, du hast den Lager gerucht. Dank. Los. Hallo! Wer schafft man mit hier? Danke. Josch. Josch. Gai. 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 So, letzte Kunde. Wir sind halt immer noch, wir sind halt immer noch hart am verkacken, hier im Großen und Ganzen. Ah, für die müssen wir kommen uns dann. Im Großen und Ganzen haben sie, sind sie immer noch hinter uns noch. Haben die mehr Partner? Warum? Das ist halt Wunder, und weih. Nein, 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 nein! Was für... Aber Mario. Aber Mario. Aber Mario. Doktor Mario, ba va va va. Alles klöle im Kartöle Die haben mehr als wir Aber die können auch nichts mehr wirklich damit machen Das sind eine Horde dummen Leute Die alle hier Wett mal, die haben drei gehilfen Und wie viel haben wir? Die haben vier gehilfen Ich glaube, er kann Sie benutzt die rote Röhre Um rüber zu röhren Ja, aber das nutzt ja auch nichts mehr In der letzten Runde hier So Jetzt setz mich nochmal auf alles Ich setz nochmal so hart auf alles Du nämlich den, wo er am meisten rauskommen kann Von dem Wurfel würde ich sagen Komm, jetzt einmal noch Glück haben Nein Ich hab's nochmal nichts Komm, mach du es Bruder muss los Bruder muss los Joa Äh Es hätten einfach nur Eins, zwei, drei, vier, fünf Felder gefehlt Moment mal Aber Mario Kann man sich, wir hätten das teleportierding verwenden sollen Ich hätte in die, Junge, du warst schon Ich hätte in die Röhre gehen sollen Nee, es war alles nicht gegangen Ich teleportier mich jetzt in die Röhre Jetzt hast du auch fun Ja, einfach noch die Münze abknüpfen Ich hab nichts Ja, du warst jetzt Boom So, es hat meine Freundin platt gemacht Das machst du aber nicht nur immer abends Oh, komm Komm, bitte, jetzt mach was hier Mach was draus Duut 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 Nein Dieses Huren Nintendo Das ist ein Huren Nintendo Komm, bitte, gibt's einen Münzenbonus Ja, ich dachte, Münzenbonus gibt's Wir gewinnen jetzt noch Also, das wäre jetzt wirklich eine knappe Kiste hier Wozu lachen, wenn wir jetzt das mit Interzentrieren würden Das wäre Oh nein, Mist, dieses Also, komm, fang mal direkt an Bevor wir noch Restexplätzen anfangen Das ist ja alles belastend Bäm Äh, ich geh Bäm Oh, oh, die sind jetzt gar nicht mehr so ganz heiß So, jetzt bleib, bleib einfach, bleib du Ja Ende Ballalala Hammertricks drauf So Das wird jetzt erst eine knappe Kiste Wenn die nämlich einen Boni bekommen Wie einen anderen Boni Dann zieht das gleich dann Nein, Herr Memmensen Das nützt uns nix Doch Okay, vergleich es dann Aber wenn die beide bekommen Was eigentlich unmöglich ist Wir könnten einen Partnerbonus kriegen Wir könnten einen Sprinterbonus kriegen Mal sehen Wer die meisten Was gibt's jetzt für Boni Wobei, ich glaub Jede Map kommt auch neue Boni Oder so Was hauen Der Boni-Bonus Oh nein Den gibt's jetzt auf einmal wieder Den bekommen so hart Die, oder? So ein Scheiß Letzte Runde gab's keinen Aber danke dafür, Spiel Äh Okay, den schmier eins dann weiter Ereignisbonus Ereignisbonus Ja, komm Den bekommen wir nicht Ja, aber ich Wir haben so oft Ja, aber die Pils auch, ne? Nee, die sind dran vorbei Gut, damals Jetzt wurde es gleich dann den Aber das in der Münze Haben wir wirklich die Runde knapp gewonnen Ja Also wirklich scheiße knapp Wir haben gewonnen Woja Yeah, boy Unentfiedelt Aber hat so gesteckt Es heißt knapp Nicht irgendwie wie neu Jetzt ist es Fiete Irgendwie was Das letzte Mal Es ist 2 Jo Ja, ich war einfach schade gelaufen Ach, komm, 1,90 Münzen Ja, ich bin 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 Liebe Leute Das war's dann mit dem Part In dem nächsten Part Jetzt weiter Denn uns fehlt nämlich noch Das hauen wir uns jetzt mal an Im nächsten Part Jetzt weiter Ruhe Ja, nee Uns fehlt tatsächlich Gar nicht mal so viel Hier, das sehen wir uns jetzt an Er trinkt so was Obwohl der Part noch nicht verbeendet ist Hier Wissen wir ja alle Denn uns fehlt nämlich nur noch Hier die Ähm Vertragte Kapseln Und die machen wir Im nächsten Part Ich bedanke mich ganz herzlich Beim Soho sauen Mach's gut Bis zum nächsten Mal Und so Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal